In diesem genialen Video zeige ich dir, wie du 15-20-fach Punkte erhältst bei Payback, ohne die entsprechenden Coupons selbst zu haben. Ich habe es selbst ausprobiert, es ist weltsensationell. Aber fangen wir ganz von vorne an. Ihr habt ja keine Ahnung, und ich hatte auch keine Ahnung, was Payback tatsächlich für ein Potenzial hat. Und in diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr maximal punkten könnt. Und obwohl ihr teilweise überhaupt keine Coupons habt. Also ihr könnt jetzt hier bei mir mal schauen. Bei Rewe zum Beispiel habe ich keine Coupons. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, wahrscheinlich war der drei, viermal hintereinander jetzt und hat alle Coupons eingelöst. Nee, nee, ich habe hier einfach keine Coupons. So, und wir können jetzt mal in die Coupons reinschauen. Und es ist ja nun mal so, dass man am meisten natürlich bei Rewe oder Penny punktet. Und wenn wir jetzt mal hier das Ganze mal ein bisschen eingrenzen und hier beispielsweise auf den Partner Penny klicken, ja, da sehen wir, okay, nicht aktiviert einer. Der ist aber auch erst ab 28. verfügbar. Ab einem Einkaufswert von 30 Euro. Und hier aktiviert zehnfach auf Kaffee, Tee und Kakao. Da kann man jetzt noch sagen, okay, wenn man da jetzt in dem Bereich kauft, schön und gut. Aber ansonsten haben wir hier einfach gar nichts. Und ich glaube, Rewe ist tatsächlich hier gar nicht verfügbar. Also es gibt aktuell keine Rewe-Coupons. Um das nochmal genauer zu checken, könnt ihr übrigens hier immer auf Go-Partner klicken. Und dann seht ihr hier die beliebtesten Partner. Und wenn ihr dann hier auf Rewe klickt, da waren wir ja eben auch schon drin, dann seht ihr hier auch nochmal in diesem Rewe-Go alle verfügbaren Rewe-Coupons. Und wir sehen, hier sind keine verfügbar. Und genau das ist der Knackpunkt, wo ich mich in der Vergangenheit oft drüber geärgert habe, Mist, gar keine Coupons verfügbar. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, jetzt gucke ich mal im Briefkasten, ob ich diese Punktepost bekommen habe, die man manchmal bekommt. Aber wenn ich ehrlich bin, landet bei mir auch relativ schnell im Papiermüll. Und jetzt kommen wir zu der genialen Lösung. Und es ist wie bei vielen Dingen. Wenn man zusammen als Community etwas macht, dann profitiert jeder Einzelne mehr davon. Und das ist genau auch hier der Punkt. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung ein paar Instagram-Seiten von Leuten, die ihre Coupons mit euch teilen. Das heißt, Papiercoupons, Coupons, die sie in der App angezeigt bekommen, mit entsprechenden Barcodes etc. pp. Und hier ist zum Beispiel so eine junge Dame, die das Ganze mit euch teilt. Und hier könnt ihr zum Beispiel sehen, da hat sie sich Schokobons und Kerrygold-Butter gegönnt. Und ihr seht hier mal, welche Coupons sie dort eingelöst hat. 15-fach auf den kompletten Einkauf. 115 extra pro Kerrygold-Packung. Da hat die richtig zugeschlagen, hier mit 10 Paketen. Und hier den Schokobon-Coupon. 135 pro Schokobon-Packung. Richtig, richtig nicer Deal. Wobei man hier dazu sagen muss, das ist ein personalisierter Coupon. Den habe ich jetzt zum Beispiel in der App nicht gehabt. Auch diese ganzen personalisierten Coupons, die fehlen bei mir irgendwie. Ich weiß nicht, woran das liegen kann. Manchmal ist das einfach so, dass die nicht angezeigt werden. Vielleicht, weil ich in der letzten Zeit viele Payback-Punkte gegen Bargeld ausgezahlt habe. Man weiß es nicht genau. Und jetzt seht ihr aber hier, wird jetzt ein 15-fach Coupon geteilt. Und ihr seht, der ist bis 27.02. gültig. Und den könnt ihr jetzt screenshotten und dann bei eurem nächsten Einkauf einfach verwenden. Und ja, der ist einmal verwendbar pro Payback-Konto. Also eigentlich eine sehr, sehr geniale Sache. Und genau, hier gibt es verschiedene Leute, denen ihr noch folgen könnt. Und ich habe hier, glaube ich, mehrere Coupons. Benni zum Beispiel ist auch einer, der das dann nochmal alles mit Cashback kombiniert und nochmal mehr maximal rausholt. Also man kann das wirklich bis in die Spitze treiben. Teilt hier auch QR-Codes und, und, und. Einen gefunden, der hier richtig engagiert ist, der hier wirklich richtig Gas gibt. Da seht ihr hier 7-fach auf Rewe, ja, verschiedenste Codes, alle 7-fach. Die habt ihr hier zusammengefügt. Ihr seht hier am Barcode, es handelt sich immer um andere Coupons. Auch die könnt ihr einfach screenshotten. Achtet immer darauf, welche Coupons ihr schon bereits verwendet habt. Hier gibt es zum Beispiel 20-fach bei DM, 10-fach bei Rewe, 15-fach bei Rewe, Bio und so weiter und so fort. Und dieser junge Mann, der hat zusätzlich eine Website. Ich weiß nicht, wie lange die online verfügbar sein wird, ob die irgendwann runtergenommen wird. Aber hier fasst er alle Coupons mal zusammen. Jetzt können wir hier zum Beispiel mal auf Rewe klicken. Da kriegen wir eine kleine Anzeige angezeigt. Mal gucken, dass wir hier weggeklickt bekommen. So, und jetzt sind wir hier im Rewe-Topf und sehen hier einfach die Coupons. Und hier kann die Community auch bewerten, zu wie viel Prozent oder bei wie vielen der Coupon funktioniert hat. Und ich habe mir hier vorhin auch den 15-fach-Coupon ab 2 Euro ausgewählt. Den seht ihr hier zum Beispiel. Dann schreibt er auch immerhin, von wo er das hat. Quelle, Eigentest, hat funktioniert und so weiter und so fort. Und dann müsst ihr hier einfach immer darauf achten. Ihr seht hier unten immer den IRN-Code quasi. Dass, wenn ihr einen verwendet habt, dass ihr den nicht nochmal verwendet. Man könnte sich jetzt hier auf dieser Website auch registrieren und kann die dann quasi selbst deaktivieren, die Coupons, die man genutzt hat. Ja, oder man achtet einfach selber so ein bisschen drauf. Die sind ja meistens auch nur für kurze Zeit verfügbar. Aber da kann man richtig schön absahnen. Also hier sieht man auch, hier muss man ein bisschen aufpassen. Da sind auch mal zwischendurch ein paar unattraktivere dabei. Ja, fünffach ab 80 Euro. Naja, gut. Das ist dann schon eine Hausnummer. Aber ihr seht hier auch, siebenfach ab 2. Und hier vor allem 15fach ab 2 Euro. Da habt ihr es. 15fach ab 2 Euro ist schon eine schöne Sache. Und hier auch verschiedene Mitgültigkeitsdatum. Ihr könnt dann hier immer draufklicken. Und dann wird euch der Coupon auch entsprechend geladen. Und dadurch könnt ihr natürlich massiv viele Punkte machen. Ihr könnt hier auf der Website auch eine Rückmeldung geben, ob der Coupon funktioniert hat. Ich habe es heute just for fun ausprobiert und es hat funktioniert. Deswegen gehe ich davon aus, dass man da auch keine großen Probleme hat. Ihr solltet nur darauf achten, dass der IRN-Code entsprechend, wenn ihr den einmal genutzt habt, den Coupon, dann ist der logischerweise genau der gleiche IRN-Code nicht nochmal verfügbar. Jetzt kann man das Ganze noch weiter auf die Spitze treiben, dass man sagt, man scannt hier einen 15-Fach-Coupon von 2 Euro. Und dann habe ich vorhin hier noch ausgewählt Limo. Ich glaube, das war 5-Fach oder so. Müsst ihr mal runtergehen. Das ist hier nach Kategorien geordnet. Und dann aktiviert ihr zum Beispiel auch nochmal Rewe Bio oder so oder Limonade nochmal. Sonstiges Haferflocken gibt es hier noch. Kaffee, Tee. Also es gibt hier etliche. Den habe ich zum Beispiel aktiviert. Siebenfach auf Limonade, Cola, Schorle und Eistee. Naja, und ihr kennt mich. Ich wollte es natürlich in der Praxis auch ausprobiert haben, ob es tatsächlich funktioniert, weil ihr erinnert euch, ich hatte überhaupt keine Coupons, die ich in der Payback-App aktivieren konnte. Und ich glaube, der letzte Punktebrief, der mir per Postwurf eingeworfen wurde, den ich tatsächlich auch nie öffne, weil ich immer gedacht habe, früher das, was du da per Post eingeworfen kriegst, hast du sowieso in der App. Aber dem ist anscheinend auch nicht so. Aber darum müsst ihr euch nicht mehr kümmern, wenn ihr mit dieser Methode arbeitet. Ich habe es dann ausprobiert. Ihr seht hier meinen kleinen Einkauf. Habt dann das Ganze noch per American Express bezahlt. Dann bekommt ihr im Standardverfahren sogar Dreifachpunkte. Das ist auch noch mal genial. Aktuell gibt es auch eine Aktion. Verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung. Gibt es 5000 Payback-Punkte zum Start, wenn ihr euch eine komplett kostenlose American Express Payback-Karte holt. Dann bekommt ihr nämlich, auch wenn ihr nicht bei Payback-Partnern seid, immer pro 2 Euro Umsatz 1 Punkt. Das ist eine geniale Sache. Also 5000 Payback-Punkte wären 50 Euro Gegenwert. Ein Payback-Punkt ist 1 Cent. Also wirklich genial. Schaut mal unten in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr euch so eine Karte kostenlos bestellen. Dann ist das halt wirklich noch mal maximiert. Man bekommt dann in der Regel auch so eine schöne E-Mail hier. Und da seht ihr, das hat sich richtig gelohnt. Also wir hätten normalerweise nur 8 Punkte für den Einkauf bekommen. und haben einfach 118 Extra-Punkte abgesahnt. Also das ist schon eine Nummer. Also das hat sich schon richtig gelohnt, wie wir hier die Punkte vervielfacht haben. Wir schauen uns jetzt auf der Rechnung noch mal genau im Detail an, wie das Ganze aufgeschlüsselt ausschaut. So, ihr seht, 2 Coupons wurden hier eingelöst. Und ich habe auch tatsächlich nur diese 2 Coupons zusätzlich gescannt. Also es war für mich ja totales Neuland. Payback-Karte scannen und dann nacheinander entsprechend eure Punkte-Coupons. Und ja, früher hat man einfach in der Payback-App, wenn man was hatte, irgendwie die Punkte aktiviert. Da hier überhaupt gar keine Coupons aktivierbar waren in der Payback-App, haben wir ja vorhin gesehen, war für mich das ganz neu, dann quasi diese Papier-Coupons zu scannen, die wir natürlich digital hatten. Und die Kassiererin guckte mich auch an, Payback-Karte, Dankeschön, und fragte dann gleich nach der Zahlungsmethode. Aber ich glaube, das ist nur so ein Gefühl, was man dann hat, weil man ja dann tatsächlich noch 2 weitere Barcodes scannt. Aber die Kassiererin schaute dann irgendwie nur auf den Display, wo ich dann auch gemeinsam mit drauf geschaut habe. Und dann war die Sache auch gut. Hier sehen wir auch nochmal ganz interessant, 7-fach auf Limonade. Was ganz interessant ist, ich habe weder Coda noch Limonade noch Eistee gekauft. Also ihr seht auch, Red Bull zählt wohl auch zu einer Limonade im entferntesten Sinne anscheinend bei Rewe, weil Energydrinks stand da jetzt nicht dabei. Ich glaube, Limonade, Cola oder Eistee. Aber Red Bull wurde hier tatsächlich dann akzeptiert. Das war hier quasi auch eher mehr oder weniger so ein Test. Das heißt, wir haben hier dann auch nochmal 7-fach auf Limonade bekommen. Man kann das hier noch weiterführen. Man hätte jetzt noch weitere Coupons scannen können. Da ihr aber seht, dass ich hier auch einen sehr kleinen, begrenzten Einkauf hatte. Das war jetzt quasi erstmal nur so ein Testeinkauf. Ich habe hier nicht in vielen verschiedenen Kategorien irgendwie eingekauft. Hätte ich jetzt noch Rewe Best Bio, Rewe Beste Wahl oder so, dann hätte ich da entsprechende Coupons auch noch aktivieren können, die sich dann hier hätten mit aufaddiert. Also eine wirklich geniale Geschichte. Aber wie man immer so schön sagt, man soll ja bei dem trotzdem nur das kaufen, was man möchte und nicht unnötig dann mehr kaufen. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck, weil wir wollen ja einen Mehrwert haben und nicht mehr Geld ausgeben für Dinge, die wir am Ende gar nicht brauchen. Also ihr seht, eine wirklich geniale Sache. So könnt ihr einfach Payback-Punkte zusätzlich ergattern. Wie lange es tatsächlich diese Website geben wird, wie lange die hier aktiv betrieben wird, das ist immer so eine Sache, das kann ich nicht definieren. Auf jeden Fall liebe Grüße auch an den Entwickler, wenn er das Video sieht. Wirklich genial. Ihr könnt hier einfach per Tastenklick verschiedenste Dinge aktivieren. Und es ist wirklich eine sehr, sehr geniale Seite. Aber was auf jeden Fall, denke ich mal, was es immer geben wird, sind geniale Leute, die ihre Coupons mit euch teilen auf Instagram oder anderen Social-Media-Kanälen. Insbesondere Instagram ist hier mit tollen, tollen Menschen, die hier ihre Coupons teilen, ihre Erfahrungen und auch so ein bisschen den Einblick geben, wie sie es hier machen. Ihr seht das hier. Also ist ja wirklich genial. Schaut mal hier gerne rein. Die teilen eure Coupons, eure Extrakoupons, geile Cashback-Sachen und, 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 und. Das teilen die hier mit euch, wie ihr richtig Geld sparen könnt. Ach so, im Video hatte ich euch ja gesagt, ihr könnt euch das Geld für Persil hier wiederholen. Also ich habe hier Persil-Waschmittel gekauft, weil es hier einfach 100% zurückgibt. Dann müsst ihr nur auf diese Aktionsseite gehen hier, gratistesten.persil.de und müsst ihr eins dieser Aktionsartikel kaufen, und in meinem Fall war jetzt hier leider nur die 16er-Packung da und müsst dann das Waschmittel zusammen mit dem Kassenbon hochladen. Hier unten wählt ihr dann einfach aus. In meinem Fall war hier nur das Universal mit 16 Waschgängen verfügbar. Ja, das wählt ihr aus. Könnt dann hier eure IBAN und alles eintragen, Foto hochladen und dann bekommt ihr das Ganze erstattet. Ist, glaube ich, auch vollkommen egal, wo ihr das kauft. Ihr wählt hier den Supermarkt aus. Datum, Uhrzeit, wann ihr eingekauft habt, welcher Markt. Und dann bekommt ihr hier einfach mal Waschmittel kostenlos. Also auch eine schöne Sache. Also wir haben nicht nur fürs Waschmittel Payback-Punkte bekommen, sondern wir bekommen das Geld fürs Waschmittel auch noch zurück. Ja, das ist dann nochmal so das, was ich in diesem Video rüberbringen wollte, dass man hier einfach maximal kombinieren kann. Macht das! Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal für wirklich geile weitere Deals, Tipps und Tricks, wie man einfach mehr rausholen kann. Vielen Dank fürs bis zu Ende Schauen dieses Videos und bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Euer Chris. Servus. Servus. Servus.